Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dysmantel. Ja, heute decken wir die Karte weiter auf, würde ich sagen. Ich kann mal das eine Blatt da neigschmeißen. Wir schwätzen auch gar nicht lange. Ich würde sagen, wir gehen mal hier ein Stück zurück und gucken mal. Schlagen uns mal da ein bisschen durch den Wald. Und gucken mal, was es da so gibt. Falls es hier was gibt. Ich hoffe es natürlich. Ja, das nehmen wir mal. Lederbusch. Pilzen, okay. So, ja. Wir sind sehr, sehr gespannt. Ob es hier noch was Spannendes gibt in der neuen Region. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es noch was Spannendes geben wird. Wahrscheinlich auch einen neuen Boss-Mob. Aha, okay. Ich kann mal auf die Map gucken. Jo, das Stück war ja jetzt schnell aufgedeckt. Ich würde sagen, bevor wir hier runter gehen, decken wir da oben noch schnell das kleine Stück auf. Dann haben wir das auch. Lauf ich eigentlich in die richtige Richtung. Den Funkturm, ja. Wir wollen den Funkturm natürlich auch noch freischalten. Wollen wir mal das Zeug hier noch mitnehmen? Danke, danke, danke. Und die Mülltonne können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Ja, und die Dachung von meinem Explosionstod. Das war auch super. Ach ja, war das schön. Lange nicht so herzlich gelangt. Ehrlich. Zack. Das hast du dir so gedacht, ne? Okay. So, schauen wir da mal rein. Was ist hier noch so? Oh, ja. Nehmen wir. Karamik. Jo, nehmen wir auf. Das können wir schon wieder nicht... Wir sind schon wieder voll. Ich glaube es gar nicht. Ah, mit der Axt mag er gerne die Wände zerlegen. Das merke ich schon. Das ist irgendwie so sein Ding. So, das nehmen wir noch mit. So. Vielleicht sollten wir auch den richtigen Ausgang finden. Schauen wir hier noch schnell rein. Elektronik-Bauter. Das war ja klar. Oh, eine Schwebepflanze. Ah ja. So, haben wir die. Nice. Okay. Dafür haben wir natürlich auch schon keinen Platz mehr. Oh je. Oh je. Dann können wir aber auch schnell noch den Rest hier zerlegen. Damit das Herlaufen auch nochmal lohnt, wenn wir wiederkommen. So, den Toiletten fallen halt danach. Zack. Gut. Okay. Das haben wir. Schnappen wir uns das ja noch. So, schauen wir mal. Hier gibt es doch bestimmt Apps zum Angeln, oder? Ne, aber... Oh. Kleine Titanic-Eisberge gibt es auf jeden Fall. Ah ja, hier... Das könnten wir ja nicht mal fix machen, oder? Fix mal ein bisschen angeln für die Fische. So. Den Spaten brauchen wir gerade nicht. Dann haben wir hier die Angel. Ach, schön. Eisfischen hier. Oh, zieht ihr die neuerdings alleine aus? Man muss gar nicht mehr drücken. Okay, cool. Ach, da schmeißt auch die Angel wieder von allein rein, oder? Oh, mal gucken. Oh ja, das haben sie verbessert. Schön. Ui. Der angelt ja richtig fix, würde ich behaupten. Wahnsinn. Okay. Das würde ich sagen, hat sich durchaus gelohnt. Ah, wir haben ja natürlich... Können wir nicht irgendwas wegschmeißen, was wir gerade nicht brauchen? Wie wäre es damit? Schüssen. Ach, das was ich natürlich... Und ich habe noch was, was wir wegschmeißen könnten. Wie wäre es mit... Plastik? Und wie wäre es mit... Stoff? Ja. Wir haben ja doch so einige Rezepte für Fisch. Und da ist mir Fisch eigentlich lieber, ne? Okay. Das hätten wir... Da oben geht es vielleicht noch weiter. Da schauen wir mal eben schnell rein. Da kommen wir nämlich dann auch an der Kiste vorbei. Ist das richtig? Dann können wir eigentlich oben rumgehen. Na, Pilze, die wir nicht mitnehmen können. Das war ja klar. Gut, dass wir noch die Angel ausgerüstet hatten. Da fange ich mir ein Skelette. Okay. Dann machen wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Dann wollen wir mal gerade den Scheiß herausschmeißen. Zack. So. Wir sind gleich mal gespannt. Und... Die, 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 die. Ah ja. Hier scheint es tatsächlich noch irgendwo... Oha. Aha. Ah ja. Auf jeden, oder? Der Lumberjack ist unterwegs. Die reverieren wir fix. Aber sowas von... Hier ist auch noch nicht so kalt, wie ich gerade sehe. Das ist gut. Frieren wir uns nämlich noch nicht so den Arsch ab. Okay. Bläderbusch. Bläderbusch. So. Ach komm, den da hinten nehmen wir auch noch mit. Den Baum am A der Welt. Dankeschön. Oh, ob man da runterstürzen kann? Bestimmt weh. Ah, die Pilze. Holz, Holz. Wie viel Holz brauche ich? Ach so. Ein bisschen abs müssen wir wohl. Na komm, mir fällt noch ein, zwei Bäumle. Ja, ich weiß, wir haben Holz in der Kiste. Aber egal. Das machen wir fix. Ah, jetzt ergibt natürlich auch die Kreissäge Sinn. Ah, cool. Die haben wir mal zerlegt. So. Schmeißen wir das Ding hier gleich mal an. Das nehmen wir mal. Wie viel haben wir denn? Ähm, okay. Machen wir mal zehn Stück, oder? Oh ja, das dauert ein bisschen. Ach, die nehmen wir dann direkt aus der Kiste wahrscheinlich. Mhm. Oh, Glück gehabt. Den noch mitnehmen. Das hier Strüpp hier. Oha. Da haben wir schon mal eins. Wie viele Bretter haben wir denn? Haben wir eigentlich Bretter in der Kiste? Das stimmt, oder? Nö. Ganze zwei. Wow. Gut, das ist ja noch ein bisschen Zeug hier. Machen wir, okay. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, wir hätten viel mehr Bretter. Aber gut, woher auch, ne? Woher auch? So. Machen wir mal ein bisschen Lumberjack. Soll ja auch kein Problem sein hier. Ja. Doch, machen wir noch ein paar Bäumchen. Danke. Weiter geht's. Jo, wir bauen mal was. In der Brücke. Ich zwar nicht so ganz das, was ich mir an der Bauen vorgestellt habe, aber ich will mich ja nicht beklagen, ne? So. Zack. Ja, das Blättergestripp, das schafft er mit der Axt nicht. Ach, weißt du was? Dann machen wir es halt so. Oh gut, komm, geh her. Diese hässliche Höhle hier. Ah ja, zack, zack. Ich weiß es allerdings gar nicht genau, wie viele wir davon brauchen. Na ja, wir machen mal ein paar. Schaden kann es nicht. Also, außer den Bäumen vielleicht, die jetzt hier abgeholzt wurden durch meine Wenigkeit, aber. Gucken wir mal, wie viel braucht man denn? Zwanzig. Oh. Okay. Aber so mit acht oder neun oder gerechnet? Tja, falsch gedacht, ne? Dann schnappen wir uns hier noch. Ein bisschen Holz, so. Hammer den. Jetzt müssen wir mal kurz in die Kisch, in die Kisch gucke. Wir haben ja hier durchaus noch ein bisschen Holz vorrätig. Dann nehmen wir doch einfach ein bisschen was von dem. So. Okay. Das ist ja krass, wie viel man da reinblasen muss. Rittal. Ja gut, aber. Soll uns ja nicht aufhalten, ne? Aber witzigerweise kann man jetzt hier auch die großen Bäume wegfällen. Oder habe ich einfach wirklich nur die falschen Bäume gefällt? Ist das schon wieder so? Ne. Wurde gerade sagen. Da ist schon wieder so ein Skelett, Heini. Aber. Da habe ich dem Reh fast Unrecht getan. Ja, Lumberjack. Uh. Da kann man den Pilz hier auch noch mitnehmen. Ah, einfach ein tolles Spiel. Okay. Ja, das brauche ich auch ein bisschen, ne? So. So. So, da waren es nur noch neun. Das geht ja doch relativ zügig. Alle, Dude. Gleich mal gucken, was wir gekriegt haben durch unseren Levelaufstieg. Da bin ich auch mal gespannt. Gab's da noch irgendwas? Was wir uns da freischalten können? Mal gleich mal reingucken. Machen wir mal die Brücke erstmal fertig. Eins nach dem anderen hier. Mal zapp, zapp. Das haben wir alles. Bläder Busch. Noch ein Bläder Busch. Und noch ein Bläder Busch. So. Schmeißen wir hier nochmal an, würde ich sagen. Wie viel können wir denn? Hä? Reichen die Bläder nicht oder was ist jetzt da los? Ach so. Wir können ja auch das, wenn das... Ne. Da können wir die draus machen. Ah, das ist natürlich auch schlau. Aber vielleicht reicht's ja auch schon. Ne, nicht ganz, ne? Ja, man braucht neun Stück. Drei sind rausgekommen. Jo, vielleicht reicht's ja auch schon, ne? Mhm. Mathe-Genie. Ach, schön. So. Gib her. Gib her. Danke. Was gibt's denn, wenn man die Dinger zerlegt? Ah, da gibt's auch so ein Holzbrett. Nehme ich. Wir brauchen ja schon so eine halbe Holzhütte. Kein Mensch. Kein Mensch braucht die. So. Komm, gib Gas hier. Wir wollen auch was anderes sehen. Wir wollen auch wissen, wo es da hingeht über die Brücke, ne? Okay. 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 Wie lange geht denn das hier noch? Lang. Kann man das auch ausstellen? Ne. Was ist, wenn ich da jetzt was anderes reinmach? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ne, das bringt uns irgendwie alles nix, ne? Da müssen wir tatsächlich ja mal noch... Was habe ich gesagt? 60 braucht man davon eigentlich, gell? Wie viel haben wir ja ne? Auf Tasch 8 oder so? So. Ja, dann hauen wir die mal durch. Gott, das geht ja ewig. Was machen wir denn derweil? Mal gucken, was können wir denn derweil machen? Können wir mal ein Stück runterlose. Ich meine, die Bretter werden ja eine Verlore gehen, hoffe ich. Dann kommen wir nämlich gleich nochmal wieder, wenn das hier fertig... Ach ne, wir können eigentlich mal ganz kurz hier... Dann haben wir auch gleich den Skeletthiny wieder an der Backe. Das ist immer eine gute Idee. Fast Learner. Komm, wir nehmen das mal. Schauen wir mal kurz. Oh, hier gibt's was. Hier gibt's was. Oh, cool. Ja, gerne. Ja, geil. Ist nur die Frage, wohin zieht man die an? Hallo? Ah ja, hier. Wahrscheinlich hier, ne? Ah, das war so klar. Ähm, dann nehmen wir die doch da. Ah ja, jetzt geht's hier richtig ab. So, gibt's noch irgendwas? Gucken wir mal kurz. Hab nicht geschaut. Ne, mit 24 haben wir noch ein bisschen Auswahl. Mit 24... Ne, ne, ne. Mit 24 und 25. Gibt es noch was? 25 gibt's sogar noch zwei. Naja, gut. Schauen wir mal schnell den Skeletthiny da weg. Soll der uns auf den Sack gehen, ja? Ich hab's gewusst. Hallo, sie da. Yeah, music. Boo. Ah, der hat reingehauen jetzt, ne? Geil. Na, mal gucken. Können wir jetzt eigentlich mit den Handschuhen einen Baum, ähm, one-hitten? Guck mal doch mal her. Achso, da kann man gar keinen Power-Schlag machen. Stimmt, stimmt. Ah, das müssen wir dann mal bei den etwas Korpulenteren probieren. Wahrscheinlich haben die aber zu viele Lebenspunkte, dass man die wahrscheinlich nicht one-hitten kann. Wär jetzt auch nicht tragisch, aber hätte mich mal interessiert, gell? So, da haben wir noch so'n... Ach, Baum. Lass mich durch. Wir haben noch keine Zeit. Zack, danke fürs Plastik. Ja, hier schon wieder richtig. Was ist denn los? Mensch. Der ist mir in die Axt gelaufen. Ich kann gar nichts dafür. So, vielen herzlichen Dank. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ja, schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was aufgedeckt bekommen, bis unser Holz da mal fertig ist. So, ich glaube, hier rum geht's. Viel Wild. Ziemlich viel Wild gibt's hier. Ah, diese Obeliskendinger, ja, die gehen mir auch ein bisschen auf den Zwirn. Da müssen wir auch mal gucken. Sollen das denn sein? Schwerter oder so was? Hm. Da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Alter, irgendwas muss es ja mit denen auf sich handeln, gell? Zack. Zap. Ja, das hat's aber eilig hier in der Dreh. So, jetzt sind wir quasi hier. Da unten ist die Müllhalle. Da kommt man nicht rum hier. Okay, jetzt gucken wir mal. Aber es sieht nicht so aus, als käme man hier rum. Aber wir probieren's trotzdem. Den bläden Schlüssel, den müssen wir auch noch holen. Und zum Funkturm wollen wir auch noch. Oje, oje, oje. Arscholl zu tun hier. Hammer's dann, ja. Hammer's dann, danke. Das Zeug hier gerade rauswerfen. Zap, zap. Jojo. Oha. Da ist der Typ wieder. Ach. Was soll denn das? Von hinne. Ah, ja. Na, haut auf jeden Fall mehr rein, glaube ich, mit den Handschuhen. Ja, ist, 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 ist geil. Nämlich. Hey, der hat mich Bambi angerempelt. Na, schau, auch eine Frechheit. Wir müssen demnächst mal was essen, sehe ich gerade. Mal, ich gucke hier noch was zum Kochen. Zack. Guten Tag. Ich müsste mal ganz kurz ihren Herd benutzen. Ähm, so. Oh, was nehmen wir denn? Ah, hier, der Karottensaft, der rockt immer. Ah, so geil, das Teil. Zack. Toll. Hammer. So, ja. Da schnappen wir uns noch. Mal kurz auf die Map gucken. Ah, da vorne geht's nett, weil einer hier ist auch zu. Oje, oje, oje. Okay, dann müssen wir natürlich da jetzt zurück, aber das werden wir nicht tun. Wir werden mal gucken, wohin uns die Brücke führt. Brücke ist hier, vielleicht in das Gebiet. Ah, ja, und zum Funkturm. Ja, dann schauen wir mal, wie weit unsere Bretter sind. Oh, Bretter. Gehen sie mal weg. Ah, ja, die kann man auch. Da gibt's sogar Pilzen. Okay. Pilzen. Sehr schön, sehr schön. So, ich denke, das müsste jetzt aber fast schon reichen von dem Holz. Vom Holz her. Mal da auch rum gehen. Lass doch mal das reden roh. Blödarsch. Lass doch mal so'n blöd Arsch. Guten Tag. Wollt sie nicht störe? Doch, wollte ich. Gibt's ja zu. Oh, wir könnten eigentlich auch noch fix angeln hier. Da hab ich gerade einen Angelspot gesehen. Den nehmen wir auch noch mit. Jetzt, wo das Angeln so entspannt ist, hätte ich fast gesagt. Ja. Ah, ohne den Köder dauert es natürlich jetzt wahrscheinlich länger. Ja. Okay. Ach, die Zombies da. Die Boxnatter. Da ist schon ganz schön was drin in dem Teich hier. Oha. Ein Blatt. Glaubst gar nicht. Die Qualität ist, glaube ich, auch schlechter, oder? Weil mit dem Köder zusammen haben wir eben viel mehr rote Fische rausgezogen. Und grüne. Und jetzt haben wir nur die, wobei, ob das jetzt ein Qualitätsunterschied ist. Ah ja. Okay. Wir sollen noch mehr Müll suchen. Das tun wir ja doch auf jeden Fall. Aber auch nichts anderes zu tun, außer Müll sammeln. Ah ja, da, dieser hier irgendwo war doch auch noch Müll, oder? Irgendwo ging es doch hier ins Schneegebiet. Und da war doch irgendwo noch Müll. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Ah, sehen wir gleich. Ah, hier zum Beispiel Müll. Da läuft auch noch Müll rum. So. Den haben wir gleich mal rausgebracht. So. Wir sind sogar auch richtig Wahnsinn. Oh, da haben wir noch Bären gesehen. Nehmen wir noch mit. Solange wir noch Platz im Rucksack haben, schnappen wir uns das mal alles. Ah. Wir sind die ganzen Rehe wieder entspannt hier. Den wir hier sauber gemacht haben. Gemma Oberum, gell? Gemma Oberum. So. Oha. Ja, coole Action. Wie viel sind es denn noch? Immer noch 22. Alter Scheiß. Okay. Ähm. So. Wie viel können wir denn jetzt? Oh, es reicht gerade so. Geil. Sehr gut. Ich würde sagen, wir sind zum richtigen Zeitpunkt hier aufgeschlagen. Sehr, sehr, sehr gut. So, ich wollte mal kurz nach dem Müll gucke. Wo war denn das? Oder war das hier? Oh, ich wollte mal überlegen. Irgendwo gab es hier noch Müll. Im Schneegebiet. Muss ich doch glatt mal gucken. Da bin ich jetzt ganz, ganz blöd. Nee. Hier war es nicht, da nicht. Hier war das. Diese Passage. Jetzt, Sattler. Ähm. Da können wir eigentlich mal Oberum gehen. Na, da liegt auch schon wieder ganz viel Müll rum. Hehehe. Ach. Den. Oh. Guten Tag. Hab ich gar nicht gesehen. Ach, komm doch her. Du musst schon ein Stück näher kommen. Sonst werden wir keine Freunde. Danke. So, wenn wir hier eh schon vorbeikommen. Sehr gut, dass wir hier vorgearbeitet haben. Ja. Pilze noch. Dankeschön. Schnappen wir uns das hier auch noch wieder fix. So. Jetzt bin ich glücklich. Freut sich auch mein Sammelmonk. So, das war doch hier irgendwo. Irgendwo war er hier. Entschuldigung. Ah ja. Da müssen wir weiter. Äh. Was? War hier so ein... Was? Hallo? Ach, da. Bist du bläht? So, jetzt gucken wir mal. Hier. Hier gab es doch auch ganz viel Müll. Aber das war es nett hier, oder? Hier gibt es zumindest mal nichts zum Sammeln. Na, wir gucken mal. Da haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Sag mal, kannst du damit mal auch? Depp. 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 Ja, schade. Jetzt ist irgendwie gedacht, dass es hier... Oh, das klingt doch so. Die Passage. Aber wahrscheinlich sind wir hier... Ne, das ist hier schon richtig. Ah ja. Okay. Merkwürdig. Merkwürdig. Sonst habe ich hier aber keinen Müll gesehen. Ich kann nochmal kurz ablaufen hier, aber ne. Pilze? Na ja, kennen wir schon wieder nicht. Komisch, komisch. Gibt es hier irgendwo noch Müll? Nee. Hier gibt es auch keinen. Aber vielleicht liegt der Müll ja irgendwo hinter den Bäumen, aber ich glaube hier ist fast nett. Hm. Ja. Kein Müll und wenn ich hier so weitermache auch demnächst keine Natur mehr. Ach ja, schön. So. Hier gab es aber auch keinen Müll, ne. Hier gibt es nur die Kiste. Gut. Na ja, dann halt kein Müll. Auch okay. Greenpeace freut sich. Ach, wo kommt der schon wieder her? Kann man die hier eigentlich runterlegen? Nee. Nee. Also doch, ja. Aber nur wir nicht. Okay, okay. Ähm. So, wir wollten zur See gehen. Zur See gehen. Hier los. Mal diese Unruhestifter. Gibt es hier noch was? Irgendwas gibt es da noch? Mal ums Haus rumlaufen. Pilzen oder so. Ah ja. Haben wir es hier doch richtig gesehen. Okay, okay. So. Gehen wir mal hier den Scheiß ab. Dann schnappen wir uns mal das Holz. Wow. Glück ab. Ach ja. Tut mir leid Bambi. War nicht so gemeint. Oh yeah. 19.000 XP ey. Wow. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt müssen wir aber auch noch kurzen. Ich weiß, wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Aber wir müssen mal einen ganz kurzen Blick. Riskieren. Danke. Okay. Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Oha, oha. Gut. Okay. Einen kleinen Blick haben wir riskiert. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal Schluss für heute. Und das nächste Mal würde ich sagen, erobern wir mal ratzifatzi den Funkturm. Es hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt mir bitte alle gesund. Und ja. Ciao. Oh. 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 You know. Vielen Dank.